Und herzlich willkommen zurück zu Letzt Weekend, hier ist San Andreas. So, jetzt hoffe ich, dass er mich nicht wieder rausschmeißt. Ah, leck mich doch am Arsch. Also müssen wir doch wieder tauchen gehen, was vielleicht scheiße ist das denn wieder mal. Da hätten wir doch irgendwie ein Haus, was wir kaufen könnten. Das Autohaus hier. Boah, warte mal, hab ich was gekauft so einfach jetzt? Du kannst diese Robine nicht kaufen, ja, leck mich doch. Schade. Schade, schade, Schokolade. Dann müssen wir heute schon wieder tauchen gehen, mich doch am Arsch. Kondition, na gut, Kondition muss erhöht werden, klar. Lungenvolumen, ja, wir brauchen das Lungenvolumen ziemlich hoch. Warte mal, können wir das hin? Können wir das Lungenvolumen? Können wir das Lungenvolumen robotisch rein? Ja. « B Marsch». panda�. Wir brauchen das Qui-U-Kimizi. das sind seine Szengerichtgesgesse Stentrum, anchor subscribed Leben aus, So, dann müssen wir halt da auch weiter tauchen. So, natürlich müssen wir jetzt wieder Lungenvolumen, sehr schön, der geht wieder hoch. Wir müssen jetzt Lungenvolumen testen, äh, beziehungsweise hoch pushen, das bringt jetzt nichts anderes. Sorry, wenn das jetzt ein Blitzbläser sein wird, aber wie jetzt bis vor ich das Blitzbläser abbreche, unnötigerweise. Oh, da kommt ein Boot, aber wir sind weit genug unten, dass das glaube ich nicht das Volumen sein dürfte. Ich habe, geht das sein Adresse, weil allgemein, glaube ich, das erste GTA überhaupt, was, äh, wo man überhaupt tauchen und schwimmen konnte? Ja, bei City ging es auf jeden Fall noch nicht, das weiß ich. Aber ich meine, was ist denn Andreas, wäre es so gewesen? Na komm, gib mir was ich... Oh, ein Seeschein, guck mal. Zack, wieder, blum, blum, blum. Wir müssen jetzt immer wieder gucken, das war die Mission, äh, das war jetzt ein bisschen zu wusi, immer wieder faden. Oh, das, äh... Ich hoffe, dass das funktioniert jetzt. Ansonsten würde das die nächste Folge so bedeuten, dass wir... Dass wir lieber ein bisschen, äh, tauchen gehen. Ich hoffe, dass wir hier sind, äh, tauchen gehen, äh, tauchen gehen, äh, tauchen gehen. Mach dich auf zu den Docks. Okay, es hat geklappt. Durchaus hat der Vorteil. Also können wir heute... die nächste Mission ein, hier mit Wusi. Ich hab die Scheißstraße-Teile geraten, bin in die nicht reingeflogen, voll Idiot. Naja, hier was ja, ich weiß, was wird. Fahrstuhl, komm, wir. Komm, wir. park mal ein, das fand ich pro 100% perfekt, aber egal so, dürfen die uns nicht sehen, oder was? Schwimm zu dem Tanker und gehe an Bord, okay, dazu gibt es eine feste Route vor, wir haben Gott sei Dank kein Zeitlimit, das heißt, wir haben Zeit. Ja, gut, das weiß ich, komm. Oh, heute, heute ist gut, geht das rein. Ich habe ja auch noch nicht unser Lungenvolumen daher, ist mir das herzlich egal, gerade jetzt können wir auch schön tauchen. Jetzt wird es verarschen. Guck mal, ich hatte nicht durch, oder was? Okay, Kondition wieder verbessert, wunderbar. Schon zu dem Tanker wie an Bord, okay. Gut, dass man die Boote sieht. Ich hätte ja wegschnippen oder wegkauern können. Ich muss sich heiß auf. So. Ich muss hier wieder ein bisschen Unterwasser bleiben. Ich meine, das wäre das Schlimme, die... Frage mich jetzt gerade mal eben so. Ja. Genau. Einer. ich sehe immer die möglichkeit an bord zu gehen überhaupt ich habe ihr glaube ich unendlich weib, noch shit, over there some guy in the water where'd he go Was ich dachte ich hätte unendlich auch gerade nein ich habe nicht dringend Jetzt habe ich mir das gerade selber schön verkackt die mission scheiße Da habe ich mir die mission gerade schön verkackt Naja ruf mich tausendmal Ich bleib bei nein Achso und verrückt das geht eigentlich hat sich hier So das war der plan an der sachen So eine Waffe brauche ich natürlich auch wieder So 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 Scheiße. gut 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 Problem. Das ist alles klar. Och, spring doch mir nicht alle vor die Karre, ey. Ich finde das immer lustig, dass sie mir alle vor das Auto springen müssen. Ich habe die Bugskill. Nachdem. Put it in Drive, dude! Hey, lady! Hi, handsome. This cab is for widders. Totally ate it. Hm. Ich habe mein IQ testet. Ach ja, ich weiß, dass ich einen Fehler mache. Ach ja, ich weiß, dass ich mich nicht mehr so mache. Tja, wir gehen jetzt in die Mission machen, mein Gott, scheiß was drauf. Ich hoffe, dass die Kopfschmerzen nicht auf den Sack geben wird. So, Herze. Okay, jetzt tun sie aber nichts mehr. Wunderbar. Oh, Gott sei Dank. So, was ist repariert? Ich habe wieder ein bisschen Energie. Dann fahren wir mal zu den Docks. Mein Gott, was für eine Mission. Na gut, das erste Mal war mein Feld, aber okay. Wer steht hier eigentlich da so blöd in der Gegend rum, Leute? So, aber nice. Naja, blablabla. Irgendwas. So. Oh, jetzt heute nicht nochmal. Gut, und den Rest probieren wir dann nochmal in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA San Andreas. Vielen Dank.